Ein handfester Skandal erschüttert den internationalen Handball. Nach dem 22.25 Uhr von R.K. Zagreb gegen HBC Nongt kam es in der Kabine der Kroaten zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, bei der Torwart Matej Mendig verletzt wurde. Nach der Niederlage gerieten die Spieler Milos Kos und Zvonimir SRNA in Streit. Kroatische Medien berichten, dass Kos wegen seiner Leistung kritisiert wurde. Daraufhin griff er Torwart Mendig mit Fäusten an. SRNA mischte sich ein und schlug auf Kos ein. Die Folgen sind schwerwiegend. Mendig erlitt ein Knochentrauma an der linken Gesichtshälfte und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. R.K. Zagreb teilte mit, dass Mendig operiert werden muss, was seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2025 gefährden könnte. Trainer Velimir Petkovic, erst seit wenigen Wochen im Amt, zeigte sich schockiert. Wir haben alle ein Problem. Aber was genau mit Kos los ist, weiß ich nicht. Es scheint etwas Tiefgründiges zu sein. Der Verein hat eine Disziplinarkommission eingesetzt, um den Vorfall zu untersuchen. Bis dahin bleiben Kos und SRNA suspendiert. Ob die beiden Spieler je wieder für R.K. Zagreb auflaufen werden, ist unklar. Ebenso ungewiss ist, ob Mendig strafrechtliche Schritte gegen seinen Angreifer einleiten wird. Sportlich steckt Zagreb in der Champions League mit nur vier Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe B fest. Die Ereignisse werfen einen dunklen Schatten auf den Verein und die Karriere des talentierten Torwarts, der möglicherweise eines der größten Handballturniere verpassen wird.